Huhu, hier ist Frau Lux und heute stelle ich euch das neue Magazin von BurdaStyle vor. Das war ein Schnittmuster und ich persönlich könnte damit nichts anfangen, denn ich kann stricken, aber nicht so gut schneidern. Burda hilft da allerdings, denn die bekannte Zeitschrift hat jetzt extra eine Ausgabe für Vintage-Freunde herausgegeben. Total schön, denn die zweite Ausgabe, die verlosen wir heute und ihr könnt den Style der 60er, 70er Jahre nachschneidern. Es gibt mehrere Schnittmuster da drin, Anleitung zum Lifestyle zu der Zeit überhaupt und wirklich schöne Fotomotive. Um dieses Magazin jetzt zu gewinnen, die Ausgabe ist gerade neu erschienen, teilt ihr bitte dieses Video und mit etwas Glück seid ihr morgen die glückliche Gewinnerin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schneidern und Ausprobieren und wenn ihr ein Kleid fertig geschneidert habt, postet es doch gerne mal auf Frau Lux auf der Facebook-Seite und freuen wir uns. Vielen Dank und viel Spaß beim Gewinnen, hoffentlich. Ciao!